In diesem Video geht es um die besten 3D-Fernseher. Der Qualitätssieger in unserem 3D-Fernseher-Test geht an den Hisense 55 U8 QF. Erstaunliche Farbreinheit mit dem U8 QF ULED TV. Quantum Dot Color bringt sie mit über einer Milliarde naturgetreuer Farben näher an die Realität heran, während Ultra HD Premium eine außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Über 100 unabhängig voneinander gesteuerte Dimming-Zonen sorgen selbst in den dunkelsten Szenen für gestochen scharfe Details. Holen Sie sich das echte Kinoerlebnis nach Hause, mit HDR10 Plus und Dolby Vision Unterstützung und mit dem integrierten Frontlautsprecher Immers Even Dolby Atmos Sound. Mit dem neuen VIDA AU4 von Hisense können Sie all Ihre Lieblingsunterhaltung von Netflix, Prime Video, YouTube und mehr genießen und Ihren Fernseher mit integrierter Alexa-Sprachsteuerung bedienen. Direct Full Array Local Dimming Pro erreicht mit über 100 unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Ultra HD Premium ist ein neuer Maßstab für Bildqualität und erweckt jedes Bild in atemberaubender 4K-Schönheit zum Leben. Sehen Sie jedes Detail mit über 8 Millionen Pixeln und außergewöhnlicher Klarheit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Samsung QLED Q60A. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen kräftig bleiben nahezu ohne Farbverlust. Die integrierte Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen großen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit den Farbton in hohem Maß an die TV-Inhalte anpassen. Freuen Sie sich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis. Genießen Sie die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können. Adaptive Sound kann Szenen in Echtzeit analysieren und den Klang entsprechend anpassen. Das faszinierende, filigrane Design lässt ihren TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Größere und breitere Bildschirme mit 21 zu 9 und 32 zu 9 Seitenverhältnis erweitern ihr Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für das Gaming. Der Preis-Leistung-Sieger in dem 3D-Fernseher-Test ist der Panasonic TX50HX. Der Panasonic HXW 584-Fernseher vereint beeindruckende Bildqualität, kraftvoller Klang und elegantes Design. Ausgestattet mit modernster LED-LCD-Technologie unterstützt die HXW 584-Serie mehrere HDR-Formate. Diese leistungsstärke-Engine bietet eine brillante Bildqualität dank der gestochen scharfen Wiedergabe, einer beeindruckenden Farbleistung und einer überzeugenden Bewegungsdarstellung. Dolby Vision erweckt kompatible UHD-Blu-ray-Disks und 4K-Videostreaming zum Leben mit hervorragenden Farb-, Kontrast- und Helligkeitseigenschaften. Sie wollen sich nicht an Blockbuster anschauen, wenn es dem TV-Sender passt, sondern Ihnen. Mit der HXW 584-Serie erleben Sie das Best-of-Online-basierter Inhalte wie Filme, Serien und Nachrichten direkt auf Knopfdruck. Mit dem integrierten Media Player können Sie direkt auf Ihre Datenträger wie USB-Stick, Festplatte, MP3-Player oder Kamera zugreifen, um Filme, Fotos oder Musik abzuspielen. Ganz gleich, ob der TV-Empfang über Kabel, Satellit oder Antenne erfolgt, mit dem integrierten HD-Triple-Tuner sind Sie für jedes Signal gerüstet. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.